Wie schön, dich wieder bei uns zu haben. Herzlich willkommen zu einem neuen Kraftwerk. Bevor du heute das Wort Gottes hörst, setz dich bequem hin, übergib mit einem kurzen Gebet deine Sorgen und Lasten und Ängste an den Herrn Jesus ab und bereite dich auf Gottes Gegenwart vor. Denn du bist im Allerheiligsten. Dein Erlöser und Retter und Freund Jesus erwartet dich schon. Schau in seine Augen und entdecke, dass er dir mit Liebe voll zugewandt ist. Der Heilige Geist will in dir Freude freisetzen. Lass den Glauben und die Begeisterung, dass du Kind Gottes sein darfst, neu in dir aufflammen. Und dann hör diese kraftvollen Worte, die heute aus Offenbarung 1, die Verse 17 und 18 kommen. Dort heißt es, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus stellt sich hier vor. Und schon in den Evangelien in Lukas 9 wird uns eine Begegnung beschrieben, wo drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, eine sogenannte Verklärung Jesu miterleben. In Lukas 9 sehen sie die himmlische Herrlichkeit von Jesus. Für einen kurzen Augenblick wird der Himmel auf der Erde sichtbar. Das klingt dann so in Lukas 9, die Verse 29 und 30. Und sein Angesicht und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und Mose und Elia erschienen. Offensichtlich wollte Gott, dass die Nachfolger Jesu ihn, den Herrn Jesus, in Herrlichkeit, in himmlischer Klarheit, in Schönheit sehen sollten. Sie sollten erkennen, dass Jesus nicht nur der Messias ist, sondern er ist der König aller Könige. Sie sollten seine Himmelsrealität erkennen und dadurch alle Furcht vor dem, was in der Zukunft noch kommen könnte, verlieren. Als Jesus betete, verwandelte er sich. Sein Angesicht fing an zu strahlen. Die Klamotten fingen an zu strahlen. Es brach das himmlische Licht in und durch ihn hindurch in die Sichtbarkeit. Und da Jesus und der Vater eins sind, hat der Vater hier seinen Himmelsanteil mal in Jesus kurz aufflackern, sichtbar machen lassen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wow, was für ein unglaublicher Augenblick für diese drei Jünger, die total geflasht waren, berührt, sogar bis in die Tiefe erschüttert. Wann immer du Einheit mit Jesus lebst, dann darfst du ihn bitten, dass sein Licht, dass seine Himmelsherrlichkeit auch auf dich herableuchtet, dass du das Angesicht des Vaters anschaust und dass du verwandelt wirst, dass dieses Strahlen seiner Liebe, seiner Freundlichkeit, seines Wesens nicht nur dich berührt, sondern von dir nach außen reflektiert wird. Im Alten Testament war das bei Mose so, wenn er in der Gegenwart Gottes war, dass er herauskam und sein Angesicht leuchtete. Herrlichkeit Gottes war sichtbar. Leute, dieser wunderbare Herr Jesus, dieser Himmelskönig wohnt in uns und seine Herrlichkeit darf und soll aus uns heraus strahlen. Jesus ist der Erstgeborene, das Original. Alles, was er empfangen hat, das dürfen auch wir empfangen und sollen wir leben. In Johannes 14, Vers 12 heißt es, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich getan habe und sogar größere. Also ich freue mich darauf, dass du heute dein Licht leuchten lässt, dass du heute dieses Strahlen Gottes in welche Dunkelheit auch immer bringst und die Finsternis wird fliehen und das Licht wird seinen Siegeszug antreten. Denn durch dich heute sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unser Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott singt Sie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!